Hallo ihr Lieben, heute drehe ich meine Morgenroutine in Aberkin Live und ihr sollt das jetzt nicht ernst fechten, weil ich meine das nicht echt. Halt einfach nur zum Spaß und los geht's. Wenn ich dann irgendwann aufgestanden bin, dann warte ich ein bisschen und checke mein Handy ab und dann stehe ich auf und gehe sofort aufs Klo und manchmal denke ich mir, warum muss man immer so früh ausstehen, warum könnte ich nicht labern. Ich gehe dann mal aufs Klo und wir sehen uns gleich, wenn ich mein Klöchen fertig habe. So, ich bin jetzt fertig und jetzt weiche ich durch und wir sehen uns gleich, wenn ich von der Dusche raus bin. Oh, mir ist es aber jetzt kalt. Ich muss schnell rein, mich umziehen. Ich ziehe mich bald dann mal an. Oh, wir sehen uns gleich, wenn ich mich angezogen habe. Ich gehe mal noch zu meinem Schrank. Heute ziehe ich mich nicht so schön an, weil ich habe auch nicht so viel vor. Also, oh, ich habe schon so Hunger. Ich muss essen gehen. Ich gehe mal zu meiner Küche. Ich gehe mal zu meiner Küche. Und dann sehen wir uns gleich. Und dann sehen wir uns gleich. Aber was soll ich denn kochen? Ich glaube, ich esse Salat oder was anderes. Das war anstrengend. Ich habe mir auch meinen Finger aus Versehen wehgetan. Ich habe Salat mit drinnen Fleisch. Das esse ich mal jetzt. Schmeckt das lecker? Ich räume dann mal auf. So, ich habe alles weggeräumt. Jetzt kann ich ein bisschen Fernseher gucken und chillen. Es ist schon so früh, dass ich... Das ist schon... Ah, es ist noch dunkel ist. Ich chill hier und dann sehen wir uns gleich. Mir ist so langweilig geworden. Ich ziehe mich mal um. Leute, wir sehen uns, wenn ich mich umgezogen habe. Tschüss. So Leute, ich habe mich fertig angezogen und jetzt können wir es endlich raus. Also man muss es hier genießen, dass man so früh aufgestanden ist. Es ist schon dunkel. Oh, ich gehe jetzt ins Wasser. Leute, ich bring mal... Ich habe so Angst. Vielleicht kann mir aber auch was passieren. Oh Mann. Nein, ich will nicht... Ich will schwimmen. So, das wird schön. Leute, das war auch schon meine Morgenroutine in Abagnall. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.